Hallo alle die Zugucken hier. Wir brüten gerade unser erstes Ei aus. Das Video wird extra auch von Stefan gemacht, damit er während der Arbeit gucken kann, was wir hier so geleistet haben. Großes geleistet. Ich komme. Es dauert nicht mehr lang, schlüpft unser kleiner Triceratops. Aus Level 87 und Level 68 sind die Eltern. Die sind da gekreuzt. Wird wahrscheinlich einen Mittelwert bekommen als Level, werden wir gleich sehen, was der bekommt. Hier braten wir noch, ne braten nicht, brüten. Brüten noch ein T-Rex-Ei aus. Dauert ziemlich lange. Ich muss halt immer gucken, dass hier genug Feuer läuft. Wollen wir ein bisschen Hals nachlegen. Papa kommt, um bei der Geburt dabei zu sein. Live. Ich werde nicht unmächtig im Kreis sagen. So. Ich leg mal noch ein bisschen Holz nach aufs Feuer. Ich kann es nicht mehr dauern. Naja, es dürfte bald soweit sein. Ich muss mal Bären einfangen. Bald ist es soweit. Schlüpft der kleine Triceratops. Das hier ist übrigens unser Sprungturm hier. Und da springen wir gerne mal runter. Auch gerne mal ohne Fallschirm. Ohne Fallschirm, ja. Ohne Fallschirm ist heiß, gell. Ist genau im Fluss landen. Du hast gekackt. Ach ne. Ne, das ist mein hier. Mein kleiner Schulter. Also jetzt ist kein Strich mehr zu sehen. Das müsste gleich soweit sein. Schultergenosse. Ja, jetzt müsste es eigentlich. Komm, schlüpfe. Ich habe die Kamera drauf gerichtet. Die erste Geburt. Da ist er. Warum ist er gegnerisch, alter? Er ist rot. Warum ist er gegnerisch? Ne, der ist rot. Er ist Gegner. Oder? Jetzt ist er. Ah, jetzt. Jetzt. Ah, du hast einen gepfiffen. Okay. Bring ihn mal raus. Ich würde ihn mal draußen sehen. Das Haus sieht man nicht richtig. Er läuft langsam. Er hat wenig Hilfe. Er läuft total langsam. Er ist aber wirklich kleiner. Warum kommt er nicht raus? Er frisst sehr schnell. Ja, der wird wachsen. Ja. Kommt nicht raus. Ah, ist auch niedlich. Kann ich ihn reiten? Nein, kann ich ihn noch geben. So wie sie jetzt. Ein geiles Ding. Foto. Er hat es ganz verängstigt. Steht er an der Ecke. Komm, wir schaffen es mal zu seinen Eltern. Oder? Was ist ein Maturation-Progress? Wir müssen schnell ein Babyfoto machen. Ich habe sie auf Video. Bring ihn mal zu seinen Eltern. Folgt er dir? Gedrückt. Irgendwas greift er an. Irgendwas greift er an. Ne, folgt er nicht. Doch jetzt. Irgendwas greift er an. Ja. Müssen wir alle wieder auf Neutral stellen. Ja. Habe ich gemacht. Läscher-Water-Mutter? Quadri-Zeps? Oder Läscher-Water-Mutter? Ich will schnell. Mal gucken, welche weibliche. Hänge ich wieder fest hier. Warte, ich bring mal die Mutter hin. Unser Vater. Ich weiß jetzt nicht, was das gerade ist. Das ist die Mutter. Kannst du es mal rausbringen? Geht er nicht rauszubringen? Warte, ich will ihn mal folgen lassen. Kommt er nicht hier raus? Seine Mutter will ihn noch mal sehen. Dann muss er mal rauskommen. Arm. Spino. Hier ist deine Mutter. Deine Mutter. Ich will ihn nicht sehen. Wann ist es geboren? Vor 5 Minuten? Ja. Es hat doch die gleiche Farbe wie die Mutter. Das ist ja lustig. Das ist echt klein, Alter. Wie geil ist das denn? Kann man da einen Sattel drauf machen? Geht nicht, nein. Noch nie. Mich hält der und der Spino fest hier. Der nervt. Wenn wir wegreiten. Ich kann mal Wendung bringen, die ist eben. Läht trotzdem rum. Die Hälfte geht runter. Achso, wir müssen füttern. Der hat keinen Futter mehr. Aber der kriegt maximal 4 Meerbären. Hast du noch welche? Ich soll mehr gicken. Ich hab den Liegel und der Hai hat in die Stücke. Jetzt kommt der Spino da rein. Soll er im Wasser sein, da füllt er sich wohl. Das ist echt cool, das kleine Vieh. Aber warum ist seine Hälfte so kaputt? Wahrscheinlich weil er kleiner ist und anfällig ist einfach nur. Ich springe mal noch eine Runde vom Turm. Das ist schon. Hoch. Hier sehe ich so ein Baby. Das ist zu weit weg. Zu klein. Das ist zu weit weg. Zu klein. Hier sieht man unser Haus von oben. Genial. Hier ist unser Schild. Ich hab noch schönen Text geschrieben bei uns rein. Oh, es war knapp. Ich bin beinahe auf dem Stein gelandet. Ich hab es geschafft. Das ist überschnell. Echt? Muss man dauernd füttern oder was? Ja, der hat übers wenig Futter. 200. Musst du ständig füttern sonst gehts nicht hoch. Tun wir mal Füttern die ganze Zeit jetzt. Kannst du nicht mehr ins Inventar reinlegen oder? Weil er nicht so viel tragen kann. Wahrscheinlich. Gewicht hat er 408 im Preis. Also bleibt immer auf 1. So. Stimmt. Geht wahrscheinlich nur wenn er Baby ist. Geht nicht mehr wahrscheinlich. Aber es wird immer mehr. Der Wachsenwertenbutton geht langsam hoch. Ja. Echt? Bei mir ist er noch ganz unten. Ja, man sieht ihn aber schon, dass er losgeht. Der Balken. Ganz minimal. Ja. Tun wir noch mehr Beeren. Wir brauchen bestimmt alle Mehlbeeren die wir haben. Echt? Okay. Können wir noch auf ein paar Farmen gehen. Wo ist denn der Frosch eigentlich? Hast du denn auf dem Dach gelandet? Oder? Nö. Der ist normal vor dem Eingang nicht so. Nö. Ich wollte noch mal eine Runde fliegen. Aber der ist nicht da. Wo hast du denn? Wo hast du denn denn hingeschafft? Ach hier, da ist ein Wasser. Der ist mit ins Wasser gerannt. Rückt auf Frosch. Ach so, weil er angegriffen hat bestimmt. Ja. Ein Hai. Frosch ist so krass. Machen wir mal einen Monster-Jump jetzt mit dem Frosch. Jetzt wirst du ihn erstmal nehmen weiter. Jetzt hast du wieder. Alter, ich habe einen Monster-Jump gemacht mit dem Frosch. So geil. Das ist ja cool. Im Wasser lädt er seine Stamina wieder auf. Da muss ich mal so einen Berg hoch springen. Frosch ist schon echt fang. Das ist schon ein bisschen größer geworden. Kennst du? Minimal, aber ein Stück größer ist er, denke ich. Kann sein, ja.